Spreewelten GmbH Spreewelten GmbH, Wellenbad, Strömungskanal oder Außenbecken verspricht Badefreuden bei Wasser- und Lufttemperaturen um die 30 Grad. Im römischen Thermalbad oder in einer der zwölf Saunen finden Sie entspannend und erhoben. Krönender Abschluss eines Besuches im Spreeweltenbad ist eine Wohlfühlmassage oder eine Seifenrubbelmassage im orientalischen Hammer. Urlaub in der Spreeweltenpension im Bahnhof Lübbenau. Mit Sicherheit ein ganz besonderes Erlebnis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017